Wie ich in diesem Moshpit gelandet bin und wie ich mit 10 Jungs aus Friesland ein Festival überstanden habe, seht ihr jetzt. Good morning! Alexa, Pause! Bis jetzt habe ich Koffer gepackt und jetzt esse ich den Quetschi und räume noch ein bisschen die Küche auf und alles. Und da muss ich gehen. Mein Fit gerade ist einfach nur... Oh mein Gott! Nein! Quetschi auf Boden. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich euch ehrlich bin. Weil ich war noch nie auf dem Festival. Das wird schon gut. Mal gucken. Leute, ich habe meine Bändchens bekommen. Also, ich schraue mich immer noch nicht zu reden, aber ich will euch trotzdem was erzählen. Wir sind hier angekommen, dann habe ich erst mal meine ganze Tasche durch dieses Camping ging. Durch dieses Ding! Ich bin kein Campingplatz getragen, ich konnte nicht mehr. Und jetzt habe ich die Leute gefunden, mit denen ich bin. Und dann haben wir jetzt unsere Bändchen geholt und jetzt danach ab dein Tisch. Ich habe vergessen zu filmen. Wir haben gezeltet. Gestern sind wir dann noch angekommen auf diesem Ding, auf diesem Campingplatz. Wir haben das Zelt aufgebaut. Und dann haben wir nichts mehr gemacht. Also, wir haben ein bisschen so gesessen und geredet die ganze Zeit. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was für mich ist hier. Leute, guckt mal bitte. Guckt mal. Einfach alles Zelte mit Menschen. Das ist es peinlich, Mann. Halleluja in sprain me, man Es tanzt ein Biberbutzelmann in unserem Haus her. Rühren rein! Ich hab' den Busmann. Wie ist denn der Mann mit der volle Ohrtüche? Guck dir den Bus an! Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht! Es ist ein kleines, es ist ein kleines, es ist ein kleines! Das ist ein komisches Erlebnis. Eben das Splash. Ich bin in irgendeinem Raum gelandet. Hier gibt's einfach Essen. Ich weiß nicht, wie ich reingekommen bin. Aber ich bin mir jetzt nice. Ich bin mir jetzt einfach nice. Das ist schon mein Problem dann im Endeffekt. Wie ist der Bus? Erst nochmal im Drogen. Also's rühren- Wie ist der Bus? Da hat eine rühren. originally ist der Busch marion im Busch- Ich hab' in den Frostm PV, ich versuche das nicht wirklich. Schreiber, links, rechts Isso machten, Ich war mit meinen Jungs. Leute, guten Morgen, Digga. Ey, siehst du fertig aus, oder? Sind meine Augen kleiner geworden? Das war so witzig gestern, Leute. Das macht richtig viel Spaß hier. Die Mausis haben entschieden, die Musik auf 100.000 zu drehen. Deswegen bin ich schon aufgewacht. Mal gucken, was der Tag so hergibt. Leute, die boxen sich hier. Soll ich auch? Sagt schnell. Ich kämpfe gegen sie. Sie sind drei Köpfe größer. Ich muss noch oben schlagen. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Keiner weiß. Jungs, Leute, Jungs. Mach deinen Kreis auf, Leute. Was muss? Wie viel hast du gemacht? Der Junge kann gleich Farben sehen. Der Junge kann gleich Töne sehen. Besser mehr als zu wenig. Bitte helft mir. Ich bin jetzt besser. Leute, ich habe alle verloren, aber ich habe sie nicht kennengelernt. Wie heißt du? Lilian. Lilian ist es. Belina. Hä? Lilian. Nicht Belina, Lilian. Leute, aus dem Nist läuft einfach Fußball. Ja. Was passiert hier? Alle gucken einfach auf. Was für Engel. Keine Ahnung. Scheiße, was war der Fußballmann. Musiala. Ey, Musiala. Leute, ich habe Sonnenbrand. Sechs Sekunden war die Sonne raus. Sechs. Sechs. Nur sechs. Ich habe Sonnenbrand. Ich bin einfach durchzustehen. I see you. Was geht ab? Wir sind hier auf dem Splash 2024. Spielt ihr heute mit dem? Was? Oder Reclaim. Reclaim. Heißt ja auch so. Darf ich mal ganz kurz fragen. Wie viel ist dann aufgewirrt? Diese haben ich schon gekostet. Boah, keine Ahnung. Die sind so ein Deichmann. Ich kriege hier einen Anruf. Ich habe zu tun. Ja. Wir sind auf dem Gelände. Ich werde hier gerade gefilmt. Und abgenommen. Und aufgenommen. Und keine Ahnung, was sie machen. Ich streiche mich dann mit seinem Handy über mein Gesicht. Oder was? Hey, komm zum Omad. Wer ist Omad? Wir sind Omad. Open Mike am Dienstag. Open Mike am Dienstag? Ja, mein Freitag. Darf ich mal ganz kurz eine 360-Kart-Drehung haben von dir? Ja, mein Lieben. Ich bin real in Trin, Baby. Na meine lieben Freunde. Ich bin real in Trin, Baby. Auf wen freust du dich am meisten? Boah. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Danke schön. Ich traf gerne um die Arme. Ja, klar. Die Hose. Wie sieht auch meine Rottlieb. Du heißt Sebastian. Bastian. 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 Die Hose eigentlich war 20 oder 25. Ich hab das für 5 geknickt. 5 Euro. 5 Euro. Ja, 5 Euro. Espanol. Si, esta bien. Como estas? Bien. Do you speak English? Ja. Perfect. You got a YouTube format. Ja, mein Ascha. Fisch falsch. Danke dir auch. Toh, toh. Er kann kein Deutsch. Leute, was passiert hier? Was passiert hier? Leute, ihr habt voll RISI. Leute, keine Ahnung. Hier kommt Seine von nach vorne. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Diese Kette hat auf mich keinen Einfluss. Jeder wird duldig. Ich komm, wenn du kommst. Ich hab eine sehr lange Leitung. Dort ist ein Druck beim Gang. Oh nein. Irgendwann. Ich hab eine sehr lange Leitung gemacht. Ich hab eine sehr lange Leitung gemacht. Hey! 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 Wir haben die ganze Zeit. Hier hat man die ganze Zeit für dich. Hey! Hey! Hey. Hey! 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 Oh nein. Wetter, Digga. Wir bauen unseren Camp wieder raus. Dinge kommen vielleicht schlimm aus, aber es könnte schlimmer sein. Ich sagte, es arbeitet wie so Rollen. Bist du ready? Ja! Okay! Komm! Splash 2024, was geht ab? Ich bin ein bisschen heiser, aber scheißegal. Wir machen eine gute Stimmung. Ich bin Luca. Ja, ich bin Alina. Was machst du beruflich? Ich hab mal damit zufrieden. Ich mach gar nichts. Du musst so hören, Otto. Ja, frag mich, was ich beruflich mache. Der Autovision hat mich geflogen. Hast du ein Youtube-Video? Hallo! Und ein Bild von dir? Jepa! 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 Ich weiß nicht, was wir machen oder wo wir gerade waren. Der Himmel färbt die Seite noch nie. Same time, next year. Jepa! 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 Leute, morgen. Äh, das war's. Jetzt packen wir zusammen und dann geht's ab nach Hause. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war's. Das war's jetzt. Musik